ich spiel das spiel glaube ich ich habe das spiel seit mal kurz ich habe es zu weihnachten gekauft in etwa und ich glaube hast du seitdem mal gespielt ja gar nicht hallo grummel roffel roffel grummel das erste mal gespielt ich kann ja eine große fresse haben ich hab's ja noch nie gespielt jetzt dauert es wieder mit dem spiel hier jetzt musst du uns noch anleihen darf ich erst mal ins spiel reinkommen nein ich habe noch keine einladung was ist da los mach doch mal was mach mal was do something ich krieg so viel ich krieg dingens ich muss aber auch einfach mal ein Ball anpassen ich krieg pass die Nacken also ich hab meinen Ball schon angefasst das wird auf jeden Fall ein interessantes er wird interessant aussehen sagen wir es so ich hab meinen auch angefasst jetzt bin ich mal gespannt was er sagt meiner ist viel interessanter als eure ne ich schalte gleich erst rein wenn wenn ich alles habe ah ja das passt das passt kukututu gama gutzi gutzi du gutzi gutzi du wokamana die warum bin ich so fröhlich so fröhlich so fröhlich so fifa fifa fröhlich so fröhlich war ich nie Okay, wenn jemand den macht, wirkt es irgendwie. Ja, ich habe eher Bock auf Räuber, Diebe, gehen auf Ganoven-Tour. Ganoven-Jagd. Nee, Ganoven-Tour. Gehen auf Ganoven-Tour? Ja. Ja, okay. Das zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer. Der Weg auch wei, sie sind stets bereit. Eidaria und Eidaria. Eidaria? Eidaria? Ja, wegen den gespaltenen Persönlichkeiten. Das war ja ich scheiße, ey. Boah. What the friggedy-frick, bro. Ich bin so lustig. Das ist wirklich weg, yo. Schatz, hörst du gerade Musik? Ja. Was? Nein, wer heißt, du Schatz? Äh, ich habe das Schatz nicht ganz verstanden. Achso. Das kam ein bisschen. Ich höre die Musik, ja. Ich habe es vernommen. Schatz, das Musik ist. Oh, ich habe eine Einladung. Ich habe auch. Hallo, ich durfte ja wenigstens das eine Spiel erstmal noch beenden. Oh, ich bin im Laden. Äh, ich bin am Laden. Ja, das bist du. Und ich bin... Und ich bin... Und ich bin... Ey, guck mal, Sirius ist dabei. Sirius. Sirius. Sirius Black. Was ist da, ist das ein Seitenscheide? Boah. Das ist aber... Äh, in Park, du. Das ist zwar ein Helsing aus... In einem... Ähm... Zeichentrickfilm. Ah, ein Helsing-Zeichentrickfilm. Und, äh... Das ist... Ich habe es nicht gesehen, aber ich konnte mich trotzdem noch ein... Icon verabschieden. Ah. Maja, wie lange hast du schon dein Cheers-Item? Was? Boah, zwei Jahre? Was, was, was für ein... Was für ein Item? I... Das Profilbild. Ah, wie lange ich mein Profilbild hier habe. Nein. Nein, ich habe von frischem Fass geredet. Ach so. Weißt du... Dich höre ich nur abgehackt? Hör doch mal zu, was wir nicht sagen. Mann, ey. Ich sag gar nicht mehr. Also, sie hat... Also, ihr hat mich schon mal gut gehört. Was? Bei mir kommt... Bei mir kommt so teilweise ein Abgang. Nee, so zwei Jahre, schätze ich. Aber ich bin schon hier in, äh, in, äh, in, äh, in, äh, Deutschland gewohnt, auf jeden Fall. Warte kurz, ich sag mal woanders gewohnt. Ja. Okay. Auch in Deutschland. Nein, das war nicht mehr in Deutschland. Hey, Mario-Musik. Wusstest du schon was? Ich kann noch nicht mal breit klicken. Ja, du musst noch laden. Ja, bei ihr lädst noch. Ah, stimmt. Bin laden. Ja, steht da. Sorry, bevor ihr fragt, ich habe mich gerade verschluckt. Ich schau das gut. Ich bin doch breit. Ach, also, ich habe wieder zu viel getrunken. Ich komme durch die Türen durch. Ja, ich bin da. Hallo? Hallo? Könnt ihr die Wurste verstehen, die meine in den Mund verlassen? Er verrascht dich gerade. Er verrascht dich gerade. Hallo? Ich höre euch. Seid ihr noch da? Ich höre euch. Seid ihr noch da? Sag mal. Was ist denn mit deinem Internet los hier? Sag mal, auf wen warten wir denn hier? Auf dein Internet. Ein gewissen frisches Fass. Kennst du den? Das geht doch nicht. Was hast du dafür schlechtes Internet? Ich meine, ihr beide habt doch die gleiche Internetverbindung, oder? Ja, eigentlich schon. Okay, dann ist das sehr selten. Okay, na gut. Na gut, bei mir ist es runtergeladen gewesen. Ja, genau, weil du gerade streamst. Hallo? 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 Das ist ihre Ich- Das ist ihre Ich- Das ist ihre Ich- Ich sehe tote Menschen, ähm. Ich kann tote Menschen sehen. Hallo? Hallo? Der Junge ist creepy, ey. Ja. Das hat sie letzten im Jubiläum-Stream wieder mal gemacht. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich mitbekommen. Die sechste Sensei. Hallo? Die sechste. Achso, ha. Ha. Warte mal, dann kann ich mir eigentlich noch eine Energie holen, oder? Wo steht der? Hast du meine Energie gesehen? Der steht in der Küche. Ich habe die Power. Power. Yeah. Ich habe die Power. Ich kann tote Tiere sehen. Hallo? Das hört sich noch gut an. Ich weiß nicht, was gruseliger ist. Das ist tote Menschen oder tote Tiere sehen kann. Könnt ihr mich sehen? Ich kann neben der Kuscheltiere sehen. Ich kann tote, tote Schmetterlinge sehen. Ist das gruselig? Ja. Die Sache an sich geht. Du bist ein bisschen creepy. Du bist seit fast sechs Jahren mit mir zusammen. Also bitte. Da solltest du dich jetzt dran gewöhnt haben. Er weiß, woher. Er hätte eigentlich wissen müssen, worauf er sich einlässt. Sag mal, was ist denn das für eine Map? Ist das ganz Deutschland, oder was? Ja? Soll ich dich nochmal kurz rausschmeißen und wieder einladen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Steht bei dir noch Downloading? Ja, lade eigene Karte. Wählen Sie, das geht ja noch. Vielleicht sollst du wirklich nochmal kurz rausgehen und dann wieder reingehen. Und er hat das gemacht. Braver Typ. Braver Typ. Braver Frisches vom Fass. Braver Typ. Braver Typ. Ey, du lässt mich... Du sagst auch manchmal zu mir, hast du fein gemacht. Ja, ey. Cool, Junge, ey. Ich lache ja auch nicht wegen, äh... Das war an sich, sondern wegen Typ. Typ, ja. Typ, was schlabberst du, ey? Was schlabberst du? Was schlabberst du, ey? Hä? Willst du ärgert? Dann treffen wir uns hinterm Haus. Ey, ich weiß, wo mein Haus steht, Junge, ey. Pass bloß auf, du. Ich weiß, wo du wohnst. Oh Gott, ey. Ist das gruselig, wenn ich... Loading, äh, jetzt steht da was anderes. Loading, äh, system map. Mhm. Ja, jetzt ist mal die aus der Lade-Icon weg. Ja, jetzt, äh, jetzt bist du da. Siehste, war doch gut, war doch gut, dass ich die rausgekickt habe. Also, dass du gegangen bist. Tutorial. Zoom bitte, Maus wheel for step two. Zoom bitte, Maus wheel? Okay, das ist so eine Map. Wie sieht das denn aus? Äh, warum sind wir in einem... Okay, keep your... Press space to jump. Achso, das ist ein Mario-Spiel quasi. Wir spielen das jetzt, äh, wie ein normales Mario-Spiel. Ah. Mö. Ah! Das ist cool. Ja, das ist ja geil. Das ist nicht, äh, das ist nicht normales Gameplay für... Gehäufelt, aber es ist super cool. In Übrigen bin ich der Typ, der im Flammen steht. Wieso nicht, Alter? Ich bleib, ich bin stehen geblieben. Mit der kann ich nichts machen. Dämp, dämp, dämp. Ich rede. Uh, scheiße. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Ah, man muss es auch lesen, ey. Ja, das ist nicht... Das ist aber nicht das normale Golf-Gameplay, sagen wir so. Nee. Checkpoint erreicht. Hm. Ah, cool. Ja, das ist es. Ich dachte erst, was habe ich mir denn da runtergeladen? Aber das ist ja echt geil. Wer hätte gedacht, dass das damit möglich ist, vor allem? Ich bin, ich bin, äh, positiv errascht. Das ist besser. Aber, aber, aber das Geile ist, dass vorher Spring ausgeschaltet war. Das heißt, du hättest das vorher ohne Spring machen müssen. Ja, das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich Spring... Oh, ich hab's geschafft. Deswegen habe ich Spring eingeschaltet. Das Problem ist, es kann dir keinen Gewinner geben, weil es keine, ähm, Brokes gibt. Also kann dir... Geht das nach Zeit, oder was? Äh, ja. Leute, ihr müsst da stehen bleiben. Auf den... Ach, ach so. Stay on top of this thing. Ah. Verzähl dich. Igel. Und wieso... Du hast einfach mal einen, äh, Helm auf den Kopf. Ja, Juni! Einfach mal ein kompletter Helm. Warum nicht, ne? Ey, ich meine, ich stehe in Flammen und hab nen Cappuccino auf den Kopf. Ich hab, äh, nichts, äh... Ich muss hier gerade reden. Ah. Hä, wieso sechs? Ach so, wegen F! Weil ich jetzt zurückgesetzt hab. Weil ich wusste, wie es geht. Ich hab mal wieder nichts gelesen. Ach so, wohnen, wohnen. Ich bin da zu blöd zu... Ich mag Super Mario nicht, hab ich das schon mal gesagt? Eigentlich nicht, eigentlich nicht, weil wir das nochmal zusammen gespielt haben. Oder von... Vom Spiel. Ja, aber reden wir gerade von den Drop-and-Runs oder... Ja, Anu, auf der NES damals. Checkpoint. Äh, bist du eigentlich gerade gestorben? Ich? Ja. Ich bin gerade... Okay, dann gibt's auch eine Möglichkeit zu gewinnen, weil... Ja, ich hab ja schon... Also, wer am wenigsten stirbt. Ja, ich hatte ja eben schon sechsmal. Also, ich bin einmal. Ein brennender Ball. Ich? Uah! Nein! Nein, zweites Mal. Hä? Und ich hab's geschafft. Wo muss man denn dahin? Und ich bin runtergefallen. Aber hey. Oh, komm schon. Hä? Ah. Nein! Ich bin wieder zurückgesprungen. Und ich bin oben. Ey, verzieh dich. Verzieh dich. Das ist super cool gerade. Alter, ist das schwierig. Und ich hab's geschafft. Nein! Ah, da hinten seid ihr auch noch. Igel! Tup, 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 tup. Uh! So! Husa? Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Wie kommt man denn da rüber? Wo ist eigentlich Aldari... Okay, Aldari ist da hinten. Husa! Nein! Ich komm nicht über diese einen Spätel hinweg. Komm, Schüttel, ihr könnt es schaffen. Ich hab's auch geschafft. Das gibt's doch nicht. Wie viel Maps hat das Ding eigentlich? Oh. 16. Nein! 60? Also wie viel? 16, ja genau, 16 Level. Achso. Achso, okay. Sag mal, du hässliche Pflanze. Du hässliche Pflanze. Das ist rassistisch. Natürlich auch nicht. So, das ist rassistisch. Nein, das ist nicht. Ja, ich hab das über... Hä, wie kommt man denn da rüber? Du musst auf die Dinger, die runterkommen. Auf die Pflanze. Da kommen wir mal Pflanzen, äh, Pflanzen. Da kommen wir mal Plattformen rüber. Runter. Ah! Oder so. Wuhu! Wuhu! Juchau! Und da bist du jetzt. Endlich, ey! Nette Ostereier, in Übrigen. Ja. Ich hab doch gesagt, ich bin heute gut drauf. So, und die letzte... Jetzt warten wir noch auf Aldaria. Mhm. Du hast ja auch Ostereier. Ach, du auch? Ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen, hä, warum labert der was von Ostereiern? Wie geil. Du kackst Ostereier, so wie ich. Ich kacke auch welche. Ich beglücke mich, da mit Entschlammen zu stehen. Oha, scharfes Chili gegessen, wa? Ja. It burns, 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 the burning ring of fire. Komm da nicht rüber. It burns, burns, burns. Niemals. Ja, der war mies. Immer wenn ich an Burns denke... Nein! No, go, go, go. Ach, es ist getimed. Jetzt verstehe ich. Oh, ich bin nicht mehr Zweiter. Äh, Dritter. Äh, Letzter. Ich glaube, hier muss ich gar nichts machen. Das passiert von selbst. Ja. Oh, Baumlevel. Weißt du, diese Hochzeilen, die hintereinander weggehen. Jetzt nicht mehr. Bidum, 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 bidum. Oh, das geschafft. I'm impressed. Ich schaff's nicht. Hey. Du. Nein. Oh, da, you're good. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Du hast zurückgesetzt. Uah. Ich schaff's einfach nicht. Uah. Da hat sich gerade richtig nach Mario angehört. Dann, weh. Echt? Ja. Uah. Also, uah, sagt er irgendwie. Na, la, 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 la. Hupa, was? Hupa, was? Oh, ich habe einen Checkpoint erreicht. ok und so wie es aussieht habe ich das level als erster mal wieder erledigt also ich glaube das so bleibt ich bin richtig gut nachdem ich da und bei vorgeist wollen wir einfach mal hier hinten als letzte rum geister nein ich hasse dieses oh ich habe einer gesehen du hast ihnen den schubs gegeben ja ich meine ist das sandlevel schrecklich weit level auch erledigt ich dachte ich mache was besonderes auf jeden fall hoch geht ja schon weiter nächstes level dass du die welt ich renne das war interessant und ich bin wieder zurückgesetzt worden mach mal schneller da ich versuche es ich versuche es yes über die falsch sag mal das war deine schuld deine mutter junge nicht in diesem ton junger man so jung ist er ja gar nicht mehr die blühte auch noch nein da war eine blume sag es durch die blume eine blume eine blume nein und ein stiefmütterchen nein was kennst du nicht bräulers nein ich höre mir keine boomer bands an was für dinger äh boomer ist so ein begriff für alte leute also dich ha 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 ich habe ich habe dich wöhlers auch tatsächlich nicht mehr das gibt's doch gar nicht wie soll man denn darüber kommen hey joge さwa da das darf doch nicht kacken ey das darf doch nicht kacken das darf doch nicht kacken wirklich waa jeieiei oh nee du ihr war hier ich war gladiator jetzt bin ich plädiator du bist jetzt learners plagiat scale Komm schon Ich hab's mal als erstes geschafft Ja, das hast du Geil Du musst auf die Felsen springen Oh, das ist ja einfach Das ist ja einfach und stirbt Schon wieder diese Felsen Geschafft Nicht als erstes, aber hey Nee, das hab ich diesmal Er meint, ist mir die Zeit nicht ausgegangen Ja, danke Aber das ist eine richtig coole Map Ja, find ich auch Also richtig cooles Map Pack, richtig cooler Kurs Das ist das Wort, was ich suche Da hast du was richtig Feines ausgewählt, Aydaria Ja, und ich kannte die Map Überhaupt noch nicht Ey, du hast dich gesprungen Da springt ihr danach, hey Habt ihr das gesehen? Das war ganz blöde Schieberei Ganz blöde Schieberei Immer diese blöde Schieberei Oh, dann hab ich verkackt Na? Okay, ja Äh Äh, schaffst du nicht mehr Nein Nein Alter Wie ich dich hier unten einfach höre Hä, geht noch weiter? Nee Nee Ran out of time Oh, ich bin nicht mehr Letzter Ich bin Letzter Ich bin Letzteres Oh Du, du, du Ah Kannst du mal aufhören, mir Feuer ins Gesicht zu pupsen? Ich pupse nicht Oh ja, ich bin nicht lieb, was du gestern mexikanisch gegessen hast, ey Sorry Sorry Die Musik ist cool Das ist auch ein Osterreiger hier Nein! Warum hatte ich da plötzlich so einen Schwung? Das war ja mies. Ah, das war Frischi ziemlich weit vorne. Noch? Ja, nicht mehr lange. Glaub an dich, Frischi. So, da bin ich jetzt auch drüber weg. Und dort. Und dort. Komm schon. So, geschafft. Nein! Und dort. Wie soll ich denn da rüberkommen? Hast du gerade gesagt, du bist gestorben? Du stirbst gerade die ganze Zeit? Jo. Nein. Na, komm schon. Das ist wirklich gut. So, Checkpoint. Checkpoint ist gut. Geschafft. Und auch nur Checkpoint. Freut euch auf die Blume jetzt. Ne, wir gehen oben ran. Nein! Habt ihr es beide geschafft? Ja. Ja. Wir sind oben lang gegangen. Ja, da bin ich gar nicht hingekommen jetzt. So. Und auch geschafft. Als dritter. Ich hab aber lang gebraucht. War doch nur bei Meckes? Ja. Ein McRib haben wir uns gegönnt. Mmh, McRib. Okay. Level 6. 6. Level 6. Ich war da ja eben vorne. Wo sind wir noch vorne? Okay. Und die Eierchen. Sag mal. Hallo. Ich bringe euch weg. Ich bringe euch weg. Bye-bye. Okay. Alter! Und da sind wieder einige nette Pflanzen. Hoppala. Hoppala. Checkpoint erreicht. War da ein Checky? Ja. Ja. Checkbuch. Nein! Nein! Oh Gott! Ah, beinahe geschafft. Hoppala. Sorry. So ist gut. Nein! Okay. Warum ist dann also die böse Sonne? Die ist auch böse. Was macht die denn überhaupt? Also die... Ich springe immer in den falschen Momenten. Hä? Was ist denn jetzt los? Hm? Man kommt hier gar nicht hoch. Ich springe immer in den falschen Momenten. Ich springe immer in den falschen Momenten. Nein! Hey, hört auf! Ich komm da... Ich komm einfach nicht rüber. Hä? Ah, Checkpoint. Jetzt bin ich hinter dir. Nein! Ich komm noch nicht rüber. Oh ja, jetzt bin ich vor dir. Aber egal. Oh! Ja, das wirst du wieder vor mir. Oh, das gibt's doch gar nicht! Hey! Ja, bringt nicht viel. Hey! 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 Das gibt's doch gar nicht hier! Das macht mich jetzt aber schon so'n bisschen! Ja, ich hab's geschafft! Wie? Schon wieder nicht! Und geschafft! Erster! Nein! Nein! Komm schon, du schaffst das auch, das ist... Ja, nein! Komm schon, ihr beiden. Maus und Centur. Centurion? Centurio. Centurio, genau. Komm schon, ich schaff das nicht! Sag mal! Jo, geschafft! You can do it! You can do it! I can do it! Ja, schlägt mich an die Muschie, du! Das ist doch gar nicht! Ey, nicht in den Ton! Ah, geschafft, geschafft, geschafft! Ich hab drei Stück, ja? What? So... Ich schaff das nicht! Verloren! Ja, sollte eigentlich der Fall sein jetzt. Eigentlich, aber irgendwie laufst du weiter. Gönnen wir's ihm. Nein! Oh! Obwohl die Zeit schon lange abgelaufen war. Gönnen wir's ihm, ne? Jo. Oh, in der Wasserwelt. Die Melody kenne ich auch. Ja. Press Space to Swim. Ah, jetzt kann man schwimmen. Also wenn man mehrmals die Sprungtaste drückt, kann man springen. Ne? Ah. Ja. Mein Ball sagt nein. Ah. Hihihi. Okay. So. Ich hasse Unterwasserlevel. Nein! Nicht jetzt, was er zu schaffen können! Ah, komm schon! Hey, Siro, was los? Du bist ja immer noch am Anfang! Ich wurde gerade wieder zurückgesetzt. Darf ich daran erinnern, dass ihr auf meinen Kopf gesprungen seid? Und auf meinen Kopf ist aber auch jemand gesprungen. Ich weiß noch nicht wer von euch. Du bist aus Magnesium! Du brennst unter Wasser, das muss Magnesium sein. Ja, ist wahrscheinlich. Egal, jetzt hab ich's auch gleich gedacht. So. Hier. Du musst da in die Fahne rein. Ich weiß. Achso. Ich hab die letzten paar Runden als erster beendet. Echt? Außer eine. Außer. Du 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 du. Die Mep ist echt geil! Ja, der Kurs! Ja. Du weißt, was ich meine! Es wird an sich, an sich wird Sie als Mep angezeigt. Und hier runter. Na... Achtung, hier sind so ein bisschen... Ahhh Was, muss ich denn hier fallen? Hey! Hä, moving, geht der da? Hier lang. Ich habe keine Ahnung. Ich hänge an so einem Wieder als erster gewonnen. Ach, ich hänge. Hä? Der hat mich wieder zurückgestellt. Ja, mich auch. Interessant. Ich habe mich eben auch nämlich gewundert, warum ich plötzlich wieder am Anfang bin. Ihr müsst jetzt nach links. Nach rechts meine ich. Sorry. Und gleich hast du es auch geschafft. Du müsstest nur noch an den Stein da vorbei. Und dann hast du es geschafft. Ja, sehr geil. Und gewonnen. Hui. Da hinten sind Schiffe im Hintergrund. Das ist sehr cool. Uh, endlich. Und jetzt nur noch hoch. Genau, da lang. Da ist die... Genau, den Stein vorbei. Ich hasse solche Spiele. Also, wir amüsieren uns prächtig. Ich amüsiere mich königlich. Und du hast es geschafft. Geh durch. So, was sagt ihr dazu? Meister. Ich bin da Meister. Wir sind immer noch auf dem Wasserlevel. Bin immer noch der Letzte. Und als nächstes kommt das Winterlevel, wie es aussieht. Ich bin immer noch unter Wasser. Ja. Ja, Achtung, hier ist nur ein Ball. Ach der. Da, 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 da. Ach der. Nein, warum komme ich immer in die Vogel in Sicht? Ich hänge, ich hänge. Keine Ahnung, weil du ohne den Vogel hast. Hä? Ja, stimmt. Oh. Du hast wieder zurückgesetzt. So, jetzt habe ich hier es geschafft. Durch die Strömungen hindurch. Das ist eine ziemlich gute Map. Ich hatte nicht gedacht, dass man Mario wirklich in Golfit machen kann. Nee. Und hier oben. Und ins Winterland. Zum Glück muss ich mich nicht wärmen, weil ich sowieso... Da kommt der ja auch mal. Hallo. Aber gut, dass du eine Tasse auf dem Kopf hast. Das ist schön warm. Stimmt. Und ich brenne. Naja, das auch noch. Da ist doch Feuer-Wisky auf dem Kopf, ey. Ja. Hat Schuss. Die Tasse. Lumumba. Was? Lumumba. Das ist Lumumba. Äh, Kakao mit Amaretto. Heißer Kakao mit Amaretto. Let's go. It's a me, Mario. Tü, tü, tü. Tü, tü. Tü, tü. Nee, es geht anders. Tü, 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 tü. Shabby, doobie, shab, shabby da. Oh, no, no. Genau ins Wasser gefallen. Slow and steady wins the race. Wie man so schon sagt. Und checkpoint. Oh, da bin ich schon gewesen. Ich hab schon als erstes Mal verkackt. Oh, und nochmal verkackt. Oh, und ich bin auf der Plattform. Was? Ich bin auf der sich bewegenden Plattform. Nein. Sorry. Zweiter. Hä, hab ich gewonnen gehabt? Ja. Ach so, ich war. Bei mir war ich gar nicht drauf. Naja, warst wohl nah genug dran, dass die Xbox gesagt hat, yo. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ba, ba, ba. Mensch, hab ich schon dreimal als erster gewonnen, glaube ich. Geil. Ich bin irgendwie ganz gut. So, es sind noch sechs Runden. Sechs Löcher. Die wir zu erledigen haben. Sechs Löcher. Und es geht rodeln gehen. Danke fürs Vorpreschen. Das hat mir sehr geholfen. Huh. Ach, du bist schon nach vorne. Ja. Hallo. Nein. Wo muss man denn hier hin? Wir müssen nach oben. Ah. Und da müssen wir hier hoch. Ah, das ist praktisch. Da müssen wir hier runter. Und... Ah, das ist echt praktisch. Nein. Nein, meine Mutter, Junge. Was hat die damit zu tun? So, um erster Menge. Und... Kalt wie Eis, du. Warum bin ich plötzlich wieder am Ende? Wir sind kalt wie Eis, oder du bist kalt wie Eis? Deine Mutter. Deine Mutter ist kalt wie Eis? Ist das im guten oder im schlechten Sinne gemeint? Nein, nur im schlechten. Nein, ich liebe meine Mutter. Wenn sie schläft. Michaels Mutter, falls du das hörst, ihr Sohn liebt sie. Aber nicht in seltsamen Weise, sondern auf... Wenn sie nicht in der Nähe ist, dann habe ich sie ganz gern. Haben wir das nicht alles bei Eltern? Komm schon, Eidaria. Ach so, das dauert ja noch. Ich bin gleich wieder da. Wenn er nicht einfach urplötzlich durchgesetzt worden wäre, dann... Es geht gleich wieder los. Meinst du? Ja, sie ist schon... Ah ja. Sie ist da unten. Stimmt. Im freien Fall. Im freien Fall. Also... Nee, jetzt da wollen wir noch. Ah, jetzt nicht. Komm schon, Mäuschen. Dann warst du das Wort, das. Jo. Und sie hat's geschafft. Mini Mouse. Jawohl. So. Nächstes Level. Oh, das ist Wolkenlevel jetzt, schätze ich mal. Uh. So weit war ich nie. Über den Wolken... Ah. Muschi-Zweihide-Wolken... Bro. Dankeschön. Hä? Ich bin auch zurückgefallen. Hey. Entschuldigung. Eidaria. Das war echt keine Absicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo ich hin muss. Am Anfang. Hey, zu einem Affen! Einen Affen und ein Pferd. Theater. Und Checkpoint geschafft. Äh. Ich kenne eine... Nein. Geschwindigkeit mehr. Nein! Ich hatte das für ein Gewürgslevel kein. Meine Mutter, du... Ah. Die macht guten Gewürzeintopf. Huh. Hm, Gewürzeintopf. Und ich hab's gleich geschafft. War da, Bingo! Ich hab's geschafft. Und wir gehen scheinbar als nächstes auf ein Luftschiff. Von dem, was ich hier oben sehe. Und geschafft! Wohl nicht schaffen, denke ich. Zwei, zwei Minuten Zeit. Ich glaub, die Zeit nutz ich mal kurz. Um noch was zu erledigen. Ganz schön. Hast du mich grad ausgelacht? Ich dich? Nee. Also, ich dachte... Nein! Das ist doch letzt... Ah. So. Huch. Huch. Man geht nicht mit auf der Plattform. Nee. Das ist ja mies. Ja. Nein! Nein! Das schaff ich nie. Ah. Jetzt krieg ich keine Geschwindigkeit. Also, auf dem... Bei dem einen Checkpoint bin ich ja schon, aber... Ich komm... Ich krieg das mit dem Mitgehen auch nicht so ganz hin. Gleich wieder da. So. Wieso schafft ihr das nicht? Weil mir das mit dem Mitgehen so ein bisschen... Na komm, schon gleich, Ari. Das schaffst du gleich. Gleich hast du's. Boink, boink, boink. Also, noch vier Levels fällt mir gerade so auf. Wieder da. Geschafft. Hast du es geschafft? Ich hab geschafft. Ja, hat sie ihn. Ich hab' abgebrochen. Oh, nächstes Level. Ich glaube... Oh, das ist, wie ich sagte, eine... Äh, ein Luftschiff. Hey. Mit den... Mit den Kugelwillis, wie man so schon sagt. Mit den Kugelwillis? So heißen die wirklich. Wir haben mich gerade runtergeschubst. Der Zero. Der Zero? Zero. Zero. Zero ist ne Zahl. Du unfähiger Mann. Hallo! Jetzt kommt dieses Mausezählchen da auch noch. Ja, wie ich's gerade nicht geschafft. Seems fair. Und... Aber ich hab's geschafft. Ich hänge! Und wieder erster. Mann, das ist... Das ist meine erste Glückssträhne. Also, Siegessträhne. In diesem Spiel. In diesem Stream. Mann! Diese Mauseohren da eben. Sag mal... Immer diese Mauseohren. Aber das schaffst du noch. Das ist nicht so schwer. Ah! Du musst jetzt da runter. Genau. Du musst da runter. Weil da das Ziel ist. Ah! Okay, ich hab's geschafft. Jo! Frischi, ich schaff's auch noch. Er hat noch zwei Minuten. Ich find's ja nur ein bisschen spa... Du willst's ein bisschen spannender machen? Lass mich warten! Ähm... Jetzt... Jetzt du... Äh! Äh! Bro! Go, 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 go! Spring einfach, wenn du unten bist. Auf das Ding. Nee, geht nicht. Oh shit! Nee, weil ich... Nee, guck! Geht nicht. Kommst du nicht rauf, wenn du... Ist zu eng. Siehste? Kann ich schon, jetzt kommst du nicht rauf von unten. Boah, leckum, manno! Leckum, manno! Yes! Komm schon! Das war so knapp! Ganz ehrlich, das müsste man eigentlich mit Digi nachher auch nochmal spielen. Hm? Mit Digi? Also, also, eigentlich... Also, eigentlich... Ach, komm schon! ...müsst ihr das können. Eigentlich müsst ihr das ganz gut können. Okay, vier zu das Level, meine Damen und Herren. Aber Digi ist auch gleich da. Ja, der ist, äh... Mit wenigen Minuten müsst ihr da aufkurzen. Was ein dicker Fisch, du? Dicker Fisch? Dann haben wir ihm, wenn sie schon mal was voraus. Den spiel das nicht nochmal. Das ist ja schlimmer als... Das ist ja schlimmer als... Nein, nein, nein. Stimmt, die Japan-Map kommt ja auch noch. Nee. Doch, du hast gesagt, wir spielen die heute. Hey! Entschuldigung! Hey! So, ich bin jetzt durch jetzt. Nein! Und geschafft! Ich komm da einfach nicht weg. Nein! Ja! Und geschafft! Nein! Ja! Du darfst jetzt bloß nicht hinten rüberfliegen. Und warum ist das der Kugel Willi da? Ja, geschafft! Da, 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 da! Da, 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 da! Das ist wirklich alles Mario-Musik. Eigentlich dürfte er die nicht benutzen, aber hey, das ist eine feine Kreation. Ich glaube, Nintendo kommt auf die... Hast du es mal geschafft? Ja, das hast du. Ich hab's mal geschafft. Vorletztes Level. Gott sei Dank. Und dann geht's ins Bowsers kleines Heim, wie mir scheint. Bowser. Bowser ist nicht nütlich. Bowser. Bowser ist ein Sänger. Bowser ist ein Sänger? Ja. Jo. Und hopps. Nein, die... Ich finde die sogar ganz geil, ehrlich gesagt. Was? Ich finde Bowser sogar ganz geil. Also den Sänger. Nicht den bösen Cooper, nicht der böse... Bei Bowser bin ich ja öfter bei Mario Kart. Ja. Du spielst Mario Kart? Ja, aber man darf ihn nicht anticken bei Mario Kart. Man darf... Man darf ihn nur gewinnen lassen. Ja. Ah, komm schon. Also, sagen wir's so, man darf ihm halt nicht absichtlich Schad zufügen. Nee, absichtlich find ich assi, ey. Aber das gehört zu Mario Kart dazu. Ich wollt grad sagen, ähm... Das darf nicht wahr sein hier. Wo muss ich eigentlich hin? Du musst, äh... Äh... In die Fahne rein. Ah, ich... Hier. Du musst hier... Wir müssen hier hoch. Komm schon. Achtung! Ey! Nein! Nein! Ich muss grad stoppen! Ah, komm! Wo muss man hier hin? Oh! Du musst den Weg fangen und dann irgendwo... Man muss... Links... Links hoch. Komm schon! Ja! Ja! Usa! Ja! Usa? Uff! Jahu! Ich bin ja schon bei euch! Hä? Ja! Ich bin... Ich bin als erstes mal drin! Ich bin als erstes mal drin! Nein! Nein! Ihr seid ja ja immer noch! Nein! Komm schon! Nein, du Affe! Huch! Oh, Zero! Pass bloß auf da! Tja! Komm schon! Yo! So, jetzt komm ich auch als dritter rein! Uh! Oder vielleicht dort zweiter! Mal sehen! Werde ich nicht hinten rüberfallen! Ich wollte grad sagen, wir lassen aber auch da nicht hinten rüberfallen! So, zweiter! Finally! Okay! Jawoll! Bronze! So schön! Okay, Deadly Man! Letztes Level! Oh, ich bin gespannt! Ich bin echt gespannt! Das ist Castle von Bowser! Nicht den Sänger! Okay! Es wird sehr viel Lava geben! Ja! Wieso sagen die eigentlich so schnell? Weil wir cool sind! Cool! Ah, scheiße! Ich bin aber gestorben! Das war ich! Ah, ich wurde wirklich dran! Ihr dürft euch nicht von den Dingern berühren lassen! Ihr dürft euch nicht von den... Ah, komm schon! Ihr dürft euch nicht von den... ... ... ... ... Einen berühren lassen! Nein! Ach! Ich was? Ich hab doch... Also auf jeden Fall ein letztes Level, was seinen Namen verdient, hm? Ja! So! Wo seid ihr eigentlich? Hinten! Okay, man lasst sich nicht... ... man darf die Steine nicht berühren! Ich glaub, die haben doch auch einen Namen! Welche Steine denn? Wo seid ihr denn? Also ich bin hinten! Ich hab' es geschafft! Weil ich immer an diese einen Kante runterfalle! Und Checkpoint! Okay! Ach! Okay, da ist eine riesige Pflanze! Ja! An der bin ich gerade, glaub ich! Ja! Ach, da hinten ist er ja! Slow and steady makes the race, wie man so schon sagt! Ich seh' Bowser! Was? Tut das auch egal! Wirklich? Jo! Ah, soll er da stehen, aber weiß ich, was das ist! Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss! Okay, Scheiser-Checkpoint! Sehr schön! Uah! Bowser hat mich berührt! Oh, ein Checkpoint! Check dich! Der spuckt einen runter! Okay, ja, das ist so, ich sehe ihn! Puh! Langsam! So, da! Ja, ja, das sieht interessant aus! Und vor! Ja, es schuckt einen runter, du! Langsam! Du musst jetzt erstmal über... Und vorsichtig! Ops! Ach, der ist doch da! Ach, der ist doch da! Und er war noch da! Oh, ich war zu schnell! Ja, geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ach so! Weißt du, man war halt so weltweit führend hier! Weltweit führend! Und dann spuckt mich zweimal dieser Bowser runter, du! Ich hab das als erstes... Nein! Oh, da war ein Stein, der hat mich runtergeschaut! Nein! Ja! Oh, ich hab's verkackt! Ben out of time! Jo! Und ich war so weit... Weißt du? Und dann schaffst du es... Dann schaffst du es der kleine Zero trotzdem! Ich war vor Zero die ganze Zeit, du! Vor Zero! From Zero to Hero! Oh, verloren! Alles da! Wie man so schön sagt! Wieso da hast du noch? Weiß ich nicht! So eine Frage! Jetzt nicht mehr! Wieso bleibst du da stehen? Jetzt nicht mehr! Okay, jetzt ist sie... Oh! Ich hab einen neuen Kopf bekommen! Ich auch! Warte! Wieso ist... Keurste Frage! Wieso bekommst du die goldene Krone? Ich hab keine Ahnung! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.